Hi liebe Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Endlich geht es weiter mit dem Part 45 gefühlt nachher ist hinten und jetzt habt ihr bestimmt zwei, drei brennende Fragen, nämlich erstens, wieso kam jetzt eine Woche lang kein Animal Crossing? Zweite Frage, Part 45, sollte es nicht Community Part sein? Wieso so ein Fuck ist das kein Community Part? Dritte Frage, bin ich dieser Gamer Couch eigentlich komplett dumm? Und vierte Frage, wann kommt der nächste Community Part? Also diese Fragen werde ich alle beantworten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr was, oh Gott, okay, die erste Frage war es. Wieso gesagt, kann Animal Crossing kommen? Sorry, das lag einfach ans Hool und all dem. Zweite Frage, weshalb das kein Community Part ist? Ich mach ab jetzt nur noch alles hin, Part Community Part, sonst ist das Hool, ich wärs im Organisieren. Heißt in dem Fall zum Beispiel, Part 50 wird wieder ein Community Part sein. und Part 60 dann wieder, 70 und so weiter und so fort und die anderen Part sind alle ganz normale Parten. Also auch Part 45 jetzt oder 55 werden ab jetzt normale Parten sein. Dann die Frage, dritte Frage war, ob ich dumm bin? Ähm, ja. Und die vierte Frage ist, wann der nächste Community Part kommt. Der kommt dann dementsprechend nächste Woche. Also beides hat Part 50 Erreißung. Oh, hier gibt's einen geilen Sit heute. Ich mag, ich seh auch gerne täglich nicht in den Laden, weil die haben die erst viel krassen, äh, so, äh, so eigentlich so, so ex, was keiner braucht, aber man nehmts dann irgendwie doch. Walamin, weinort. Ich wollte auch noch mein Haus vergrößern, ne, damit fang ich, glaub ich, den nächsten Part an. Heute schauen wir mal, wie unser erstes Mal das Projekt noch ist, was wir grad laufen haben. Nämlich der Campingplatz, die wir ja resten wollten. Sagen wir mal, wie krass da so rein investiert wurde. Und ich glaub das, ja, das ist mal genug. Es sind nämlich nur viele großen Sachen. Und ich find so ne schöne Bank, ich glaub, die kann man bestimmt auch draußen hinstellen. Da würde sich die zumindest lohnen. So in der Nähe von Campingplatz oder so, ich glaub das wäre bestimmt doch ein ganz nettes Plätzchen dafür. Aber wo wir mal schauen, wo wir mal die hinstellen. Jetzt schauen wir erst mal, was hier abgeht. Wie viel haben wir denn so? Uh, 20.000. Okay, dann tue ich auch nochmal hier 10.000 drauf. Jetzt erstmal für heute. Dann schauen wir mal. Machen wir noch den nächsten Tag und dann ist das Ding gefühlt voll. Wie gesagt, dann ist es voll. Und sorry, jetzt muss man mich grad leicht versieben. Das werdet ihr vermutlich total laut gehört haben. Weißt du gar nicht, sorry dafür. Ähm, eigentlich will ich hier beim Hopplatz hier irgendwo ganz nett meine Bank aufstellen. Aber wir hätten das geht, wie das aus irgendeinem Grund nicht. Weil einfach hier so ganz schön vor dem Baum wäre doch schon echt nett, ne? Die kann man nur ablegen. Ich glaube das ist auch so eine Sache. Einen neuen Teil kann man das dann wirklich auch eher hinstellen. So draußen. Was dann das so cool ist, wenn man es dann mal kann. Wenn man überall so seine Sachen nicht tun kann. Das ist, 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 ist ein... Ach ja, mein Krimskammskeller hier ist alles vergeräumt hier. Was jetzt? Ich brauche nämlich eine... Oh, eine Hausvergrößerung. Sonst eskaliert hier alles. Aber es ist halt hier einfach aus Platzgründen. Nee, erst mal mitten rein, noch mal so ein Bett. Äh, mal so eine Orientbank. Eigentlich wollte ich hier noch draußen stehen. Aber da ist irgendwie noch kein Platz dafür. Es ist das... Aber ich muss jetzt erst mal irgendwie schauen, wie ist das da alles schön und sinnvoll logisch hinstellen. Aber da finde ich so eine Lösung. Da bin ich ganz zuversichtlich. So. Was hat man hier draußen nirgends, wo hier irgendwas hin tun kann? Und direkt vor seinem eigenen Grund. Man kann es nur ablegen und dann nickt es hier irgendwo drum rum. Klar, man kann das jetzt auch in Drohnen tun. Dann steht das nicht alles drum rum. Aber es sind Sachen, die man so hat. Sollten auch irgendwie alle irgendwie irgendwo rumstehen. Aber hier ist meine Meinung. Ich stehe mal das... Ich stehe mal hier unten noch so viel Platz, ey. Ich stehe mal hier einfach mal diesen schönen Insektenkessel hin. Dann fängt da hier Insekten oder so an. Ich habe so viele Nippes hier rumstehen. Mit dem ganzen Haus hier. Also seht ihr. Und ich muss hier dringend jetzt irgendwann mal aufräumen. Damit werde ich jetzt im nächsten Part dann auch anfangen. Beziehungsweise weiter Campingplatz fertig ist. Weil ich da so ein Projekt nach dem anderen habe. Jetzt werden dann vermutlich auch im nächsten Part dann komplett fertig bezahlen oder so. Aber wenn diese Musik zu hören dann einfach hier abends so ein Spunnen. Das ist echt so schön. Also kennt ihr das? Ich höre auch echt total oft die Animal Crossing Musik so zum Einslafen. Einfach so im Spunnen zum Einslafen. So, ahja. Der Club hatte ja letztes Mal eröffnet. Soll ich mal ob da jetzt vielleicht so ein bisschen mehr los ist. Aber ich liebe es so Animal Crossing Musik zu hören bevor man einsläft. Dann. Aber ich glaube das ist echt nett und cool. So. Und ich muss sich da also los. Jetzt muss ich die Party in der Wood. Dann. 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 Ich will nicht sehen, dass ihr wirklich viel mittanzt. Samstags machen die immer so besinnliches Lieder spielen. So mit Gitarre, da werd ich dann wahrscheinlich den nächsten Samstag im Part mal vorbeisauen. Joa. Geh mal wieder rüber, hier ist ja nicht so krass viel los. Ja der Part hier ist auch noch nicht so lang. Ich glaub ich sag ja eigentlich für die ein paar, die werden erst wieder länger jetzt hier. Wie gesagt, die waren letzten Tage einfach mit Schule Stress pur. Muss auch schauen wie ich das ganze ab dem nächsten Jahr mach, weil da werd ich noch viel mehr mit Schule zu tun haben. Und Schule hat halt nun mal Vorrang, weil Schule ist wichtig, weil ich will ja später auch mal ein Abitur, gutes Abitur schreiben und studieren. Ist alles nicht so einfach ne. Und da ähm... Schule hat einfach Vorrang, ne. Weil, klar Lehrer ist äh... Sag ich so ein Lehrer ey, Gott. Äh, YouTuber zu sein ist so ein echt geiler Beruf. Aber... Es ist halt nix sisseres, sag ich mal. Und dann so andere Berufe, wenn man vor allem, wenn man verbeamtet wird, wie eben Lehrer. Heißt jetzt nicht, dass man Lehrer werden muss, aber Lehrer zum Beispiel. Oder Polizist oder sowas. All die verbeamtet sind, ne. Die verdienen gutes Geld. Also ordentlich Geld zumindest und können auch nicht gefeiert werden und nix, ne. Und, äh, Abi setzt halt dann doch für dieses meiste Seugs heraus. Äh, voraus. Ich meine, klar, ich hab jetzt nicht vor Arzt zu werden. Ich brauch demnest Pressen auch grad 1,0 Abi. Ähm, aber trotzdem... Wenn man was im Leben erreißen möchte, sollte man kein allzu zuletztes Abi haben. Und da kommt man halt mal am Büffeln, wie die Buster Seugs hält, leider nicht vorbei. Äh, es ist... Es ist halt nun mal leider Fakt. Jetzt haben wir hier noch bisschen Stoff ein, was das Gleis einfach zurückbringen werde. Also das heißt zurückbringen, jetzt werde ich quasi dann verkaufen. Und dann damit ein bisschen Geld machen. So, hier haben wir auch noch Platz. Hallo. Mach die mal ab, die Dinger hier. Danke. Einschweih und Septibup ist mein Tastegleis voll. Ist richtig gesellt. Ah. Wapp, wapp. So, jetzt ist ja irgendwie noch ein Kürzen links einzeln. Et voilà. Genug geerntet, bringen wir das mal weg. Also ja, willst du was meine? Und deshalb könnte ich mir YouTuber nie Hauptberuf nicht vorstellen. Ich finde das einfach viel zu riskant, meiner Meinung nach. Gerade in der 2019. Ich meine, ich kann immer mal passieren, dass beim nächsten Tag einfach nicht mal in ist. Oder dass, ähm... Sonst einfach. Oder die ganze Plattform verschwindet. Irgendwie sowas halt in der Art, ne? Und dann, ähm... Außer, klar, in meiner Größe wird's doch keinen Sinn machen. Ich meine, klar, Leute, die am Tandoo können von YouTube leben. Auch die haben halt auch noch irgendwie einen Nebenshop oder lassen sie irgendwie anders finanzieren. Weil wirklich rein von YouTube leben, das kann kaum jemand. Da muss man wirklich riesengroß sein. Um wirklich rein von YouTube leben zu können. Ich behaupte es auch immer mehr kleiner, aber das ist halt... Nix irgendwie Millionen an Geld und richtig fett Party. Das ist bei den wenigsten, also... Was haben wir hier eigentlich alles für krassen Stuff hier? Fern-Ost-Puppe? Nee, ich hab... Nee, das sieht richtig gruselig aus. Also Puppen können gruselig sein. Also es gibt echt gruselige Puppen. Wer ist das? Ich schau mir die Sachen hier ganz genau an. Vielleicht findest du das ja... Entsnapsen oder sowas. Ja, dann mach das. Na dann, Rosina. Ähm, kümmer dich mal um deine eigene Kunsthaft. Wenn du mal was machst, wenn du da bist in diesem Laden. Dann will ich dich dauernd nicht mal weiter stören hier. Und wer ist hier? Mona und David. Erst neulich habe ich mir gedacht, dass ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Warst du etwa von deinem Buch gefesselt oder so? Ja, nehmen wir's von das Hool-Büß an. Aaaaah. Und das ist nicht unbedingt freiwillig. Aber so ist das halt. Äh, es ist Hallo. Es wird eigentlich nur das hier ansammeln. Okay. Aber das Hool ist wichtig und da wird alles nix drum rum. Dieses Fakt, das Hool wichtig ist. So. So. Deshalb, Leute. Sauten das Hufe YouTube's in der Machtversorgung nicht. Also, man muss halt das richtige, das gesunde Maß finden. Ich mein, Leute. Nur die ganze Zeit 24-7 Pauken ist nix. Aber auch 24-7 loshellen, Partys gehen und YouTube machen ist auch nix. Man muss gesundes Mittelmaß finden. Und schauen, dass man sich in diesem gesunden Mittelmaß halt auffällt. Dann läuft's auch nix an. Und ich bin halt ein Schüler, da von Haus aus vielleicht nicht so gut ist, weil ich so das bisschen an bestimmten Sachen, wie zum Beispiel nicht kalkuliere. Also, die Restensfesse, wie allinteresslich ich, die habe zum Beispiel. Ähm. Und so Pusme hat Mathe quasi im Beispiel nicht so leicht. Aber das gleich ist dann wieder mit anderen abfessert groß. Äh. Und eigentlich wollte ich grad ganz ins Rad raus. Aber okay. Also, hab meins. Auch wenn es Schule einem nicht so leicht hält, dann muss da irgendwie du was. Aber, klar. Ihr braucht da vielleicht alles nahe. Ich meine, mit einem guten Idealsschulabschluss kann man auch viel anfangen. Ja. Sogar theoretisch mit einem mittleren Schulabschluss. Mit einer Mittelschule kann man was anfangen. Kann man auch in die Lehre gehen. Also Schule ist schon wichtig. Wenn man gar keinen Abschluss hat, dann hat man es erst nicht gleich im Leben. Heißt nicht, dass da nicht alles möglich ist. Aber es wird dann halt so kompliziert. So. Aber eigentlich ist es ganz ehrlich. Wieso reden wir hier über das Fuhle? Wir haben hier gerade erst Freiseite. Die meisten von euch haben es in Sommerferien. Und dann kommt hier der Onkel, der verlaut, was hier über das Fuhle. Das ist eigentlich. Äh. Nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Keine Ahnung, wie sie jetzt da drauf gekommen werden. Aber es in Zukunft wird diesmal vor. Keine Angst. So. Also dann. Adios Rosina. Jetzt haben wir da ein bisschen Geld neu gemacht. Und das würde ich sagen. Hauen wir doch gleich direkt einfach wieder raus. Hier in unser... Uh, da hat sie den Angel gekauft. Seht ihr, da hat sie das gekauft hier. So. Und wir hauen das Geld doch gleich wieder raus. Und zwar spenden das hier für unseren schönen Projekt mit dem Campingplatz. Arbeiten hier noch ein bisschen weiter. Zaun, dass das Demonspressen hier vorankommt. Ja. Wir tun nochmal hier 10.000. Dann dauert es ja nicht mal so lange bis da hier. Denn eines Tages, dann stehen wir da Campingplatz. So. Das war's mit der Folge von Andy McGrass in New Leaf. Wenn euch das gefallen hat. Wollt ich mich mal eine positive Bewertung freuen. Boah. Ich habe euch echt jetzt ja am Anfang der Woche wieder weiter geht mit paar Videos am Tag. Es werde es in Zukunft irgendwie wieder, wie gesagt, ein bisschen senken müssen. Gerade im nächsten Tool da hin. Ich muss es mal schauen, wie ich das handhaben werde. Das war's jetzt soweit für heute. Macht's gut liebe Leute. Aber wie gesagt, dazu werde ich das nächste Mal nochmal mehr sagen, wie ich das in Zukunft handhaben werde mit den Videos. Weil da hat mir doch keinerlei Gedanken gemacht. Ah, wie das sagt, mich hat eine Mücke gestochen. Mich auch, ich habe hier am Rücken einen total fetten Mückenstich bei der Welle. Also ich war zu Tagen, wo es warm aus dem Teil auch abgesehen von der an auch oft am Badeseen, warum so einen Ausgleichs was hatten. Und was am Badeseen für Mücken oder Bremsen sind die zum Teil erst hier so fette. Äh, da, 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 das Stichwunden dahinter lassen, die nach, wenn man es ja aufkratzt irgendwie erst nach paar Tagen lässt es weggehen. Ihr, ekel ist. Will man es, will man es. Also, will man gar nicht. Na egal, jetzt habe ich das Essen noch angeekelt. Also, egal. Das war's jetzt mit dem Part von Animal Crossing in Oli. Macht's gut liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.